IJ MBS ist hier mit Parmigokontakt Schoko Edition Geschmack weiße Schoko Interessant. Oh, da kann man auch noch was gewinnen mit diesen Probeln. Aha, weiße Schoko Schoko Nougat Karamell Schokokeks. Ne, Moment mal, verstehe ich jetzt nicht ganz. So, Schoko Tischen, dann wird hier vorne vor allem der Geschmack weiße Schoko von diesen Teilen hier hervorgehoben. Und hier hinten sind dann aber nochmal alle aufgeführt, verstehe ich nicht ganz. Na ja, egal. Na ja, schauen wir mal rein. Also, ich muss erstmal schauen, dass wir von jedem eins bekommen, das hier scheint ja wohl Nougat zu sein. Schoko, das hier ist Schokokeks. Und ja, hm. Und was ist mit Karamell, haben wir das überhaupt? Oh Mist, oder? Gibt's das? Da ist gar kein Karamell drin, oder was? Das kann jetzt aber nicht sein. Was ist das denn für ein Mist? Ey, das kann jetzt aber nicht sein, oder? Ist da jetzt wirklich kein Karamell, das gibt's ja nicht, oder? Oh Mann ey, was machen wir jetzt? Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Na ja, probieren wir mal weiße Schoko. Dann Schoko. Schoko. Und, 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 und. Schokokeks und Nougat. Und was ist das? Weil das ist ja hier gar nicht aufgeführt, oder? Das ist doch das. Ich bin verwirrt. Oder ist das hier Nougat? Und das hier soll Karamell sein, aber die haben hier die falsche Form abgebildet? Ich bin verwirrt. Oder ist das Schoko in einer anderen Form? Wie dem auch sei, ich frage mich ehrlich gesagt, was schmecken die Dinger denn sonst? Wenn das jetzt die Schoko Edition ist, nach was schmeckt das denn sonst? Weil ich habe es jetzt natürlich nicht da zum Gegenchecken, aber schmecken die sonst nicht auch so? Also ist nicht schlecht, aber irgendwie nichts Außergewöhnliches finde ich. Ich weiß ja nicht. Lasst mich gerne mal wissen, ob die sonst für euch anders schmecken. Ich kann jetzt nicht so wirklich den richtigen Unterschied erkennen. Na ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schweie Noelle. Ja, von mir aus auch Dax. Alles klar. Au revoir. Und den Daumen hoch und den Kommentar noch dazu. Und ab und nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne. Antenne. Duh. 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 Duh.